Was geht ab Freunde, Sascha von SkillgamingTVs Video und herzlich willkommen zum zweiten FIFA 15 Ultimate Team mit Squad Builder. Diesmal seht ihr schon das Team von Anfang an und wie ihr sehen könnt, es sind sechs Non-Rack-Goltspieler dabei. Und ich kann schon mal von Anfang an sagen, das ist ein Team, was nur 10.000 Münzen kostet, wenn nicht sogar unter 10.000 Münzen. Also ich habe ein paar Nachrichten bekommen, so 5, 6, wo drin steht, baue mal ein Team für 20.000, baue mal ein Team für 10.000, baue mal günstige Teams. Da habe ich gesagt, baue ich einfach mal oder stelle ich einfach mal ein sehr günstiges Team vor für 8.000, 9.000 Münzen, muss das eigentlich nur kosten. Ähm, ja es sind zwar sechs Non-Rack-Goltspieler dabei, aber die sind auch richtig, richtig stark kann ich sagen. Die kann ich euch richtig empfehlen, nur die anderen Spieler, die seltenen Goldspieler sind auch richtig stark. Also falls ihr mal ein Fitness-Team braucht oder falls ihr überhaupt noch nur 10.000 Münzen habt oder so, baut euch dieses Team, das geht echt richtig, richtig ab. Ich habe da zwar, damit zwar nur zwei Spiele bisher gemacht, aber das, ja ich habe keins verloren, ich habe zwei, also die beiden gewonnen, einmal 3-1, ne. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch ich die gewonnen habe. Seht ihr ja gleich schon in der Torstatistik. Und ja, fangen wir einfach mal mit den Torhütern an. Das ist Norberto Neto von Florenz, ein Brasilianer. Ja, hat in den ersten beiden Spielen, glaube ich, zwei Gegentore nur bekommen. Ja genau, zwei Gegentore und hat dafür richtig, richtig stark gehalten. Muss ich schon sagen, hat noch keinen Fehler gemacht in zwei Spielen. Hat er echt sehr gut gehalten und kostet auch nur 350 Münzen. Unser Innenverteidiger, linker Innenverteidiger ist Juan Jesus. Ein sehr starker Non-Rack-Gold-Inverteidiger, kostet auch 1.100 Münzen. Also der ist richtig, richtig stark, die kann ich euch richtig empfehlen. Den habe ich schon in 4x14 oft benutzt. Und in 4x15 ist er genauso stark. 78 Tempo, 80 Defense, 81 Füße. Sehr starker Innenverteidiger. Sein Partner ist Hugo Campagnaro, den habe ich auch schon mal benutzt. Deswegen haben die beiden auch schon so über 15 Spieler. Campagnaro hat schon 17 Spiele. Auch ein sehr starker Innenverteidiger, ist vielleicht ein bisschen klein mit 1.81. Aber das geht schon in Ordnung und kostet auch nicht viel. Unser Rechtsverteidiger ist Maximiliano Pereira von Benfica Lissabon. Hat sehr starke Around-Werte. Seine Defensivwerte sind auch sehr stark. Sein Tempo geht eigentlich auch in Ordnung. Kann natürlich höher sein, aber es geht schon klar. Linkverteidiger hat ein höheres Tempo, nämlich Chris Quito von Zenit San Petersburg mit 82 Tempo. Sehr richtig stark unterwegs. Und ein anderer Werte sind auch richtig, richtig stark. Der ist ein richtig starker Linksverteidiger. Kostet aber auch für Non-Rare-Golfspieler 1.000 Münzen, aber ist echt nicht viel. Kann man schon so sagen, dass man den schon holen kann, weil er nur 1.000 Münzen kostet und dafür echt stark macht. Hat einen guten Job in den ersten beiden Spielen gemacht. Linker ZM ist Manuel Fernandes. Und der hat mich am meisten überrascht, denn ich dachte, ja, seine Werte sind zwar gut, aber als ZM gibt es auch schon bessere. Aber ich habe jetzt ihn auch so, hier zwei Spiele, er hat auch schon eine Vorlage gemacht. Richtig, richtig starker ZM. Hat auch eine 100-prozentige, aber die ging an die Latte leider. Vier Sterne, schwacher Fuß, 82 Tempo als ZM. Richtig, richtig stark und dann noch 81 passend, 82 Dribbling, 74 Schuss und dann auch noch richtig starke Defensivwerte. Also den müsst ihr mal ausprobieren. Der ist einfach einer der heftigsten Allrounder, den ich je gespielt habe. Der ist vorne und hinten, hat Mitte und Mitte Arbeitsrate, was auch richtig, richtig stark ist. Also den müsst ihr euch einfach mal kaufen. Der andere ZM ist genauso gut, weil er noch mittelhoch hat, also noch mehr nach hinten arbeitet. Nämlich Enzo Pérez. ZM hat genauso richtig starke Werte wie Fernandes, also Allround-Werte, die sind richtig, richtig stark. Rechter Mittelfeldspieler ist Salvio, 3-Sterne schwacher Fußleiter nur. Also kann nicht so gut nach hinten ziehen und mit links abschießen. Dafür hat er aber 4-Sterne Spezialbewegung, kostet nur 750 Münzen und dafür hat er noch 88 Tempo und 84 Dribbling. Also sehr wendig und richtig, richtig schnell. Linker Mittelfeldspieler ist Danny, 4-Sterne Skills, 4-Sterne schwacher Fuß, 2500 Münzen hat er gekostet. Ich weiß nicht, ob er normalerweise ein LF ist, der deswegen so teuer ist, keine Ahnung, müsst ihr da selber gucken. Aber ich werde ihn schon als LM holen, weil dann die Chemie richtig, also dann die Chemie stimmt. Seine Werte wie 85 Tempo, 84 Dribbling, 76 Schuss und 81 passen. Ja, sind eigentlich gut seine Arbeitsraten. Naja, sie sind eigentlich nicht so geil. Aber er hat eigentlich auch gute Spiele gemacht. Hat zwar noch kein Tor geschossen, glaube ich, und keine Vorlage, aber es kommt alles noch. Unser MS ist ein ZOM-Beich, den ich umwandeln wollte, weil es schon kostet und er als MS kostet eben wie über 3000 Münzen. Und ein ZOM-950 Münzen, deswegen hat er, glaube ich, nur 8 Chemie oder wie viel Chemie hat er? Ja, 8 Chemie. Martin M-Bark, ich keine Ahnung, wie man den Vornamen anspricht, Bark, ob man das M überhaupt nicht ausspricht, keine Ahnung, müssen wir in den Kommentaren schreiben. Busufa ist das nämlich 80 Tempo, 86 Dribbling, 82 passen und 72 Schuss, richtig starke Werte, kostet nur 950 Münzen, also das sind echt sehr billige Spiele. Und dazu hat er noch 5 Sterne Skates, was ich auch richtig, richtig geil finde. Und ja, dann kommen wir noch zum Stürmer, die letzte Position belegt Salomon Rondon, der hat auch schon Info, den könnt ihr euch natürlich auch hören, wenn ihr genug Geld habt, aber ich denke mal, dass so ein günstiges Team bleibt, deswegen habe ich ihn auch nicht als Info gekauft. Und ja, wie ihr ihn sehen könnt, 2 Spiele, 3 Tore, einfach nur hammergeil der Spieler, also für 800 Münzen müsst ihr einfach mal ausprobieren. Hat auch noch 4 Sterne Skills und 4 Sterne Schwacher Fuß und dazu hat er auch noch 80 Tempo, 80 Schuss, 74 Dribbling und 80 Füßes. Also der hat in 2 Spielen 3 Tore gemacht und hatte noch, keine Ahnung, 3, 400%ige mehr, die eigentlich machen muss sie, aber knapp vorbeigehen. Aber eigentlich muss er die Dinger auch machen, ist auch noch 1,89 groß und ihr müsst euch einfach mal kaufen. Also das Team müsst ihr einfach mal ausprobieren, weil das einfach richtig, richtig stark ist. Selbst, also Rondon ist einfach ein richtig starker Stürmer, wenn ihr in dem Spiel seht, das ist genauso ein Bulle wie Imenik oder Ibarbo, sind zwar schneller die beiden, aber von der Körperstatur, also vom Körperbau, ist er genauso breit wie die beiden oder genauso stark, wenn nicht sogar noch stärker. Also das Team kostet unter 10.000 Münzen und würde ich euch mal, ich habe euch empfehlt, weil ich damit sehr gut klarkomme, die Fitness ist im Arsch, ich gerade muss erstmal mit einem anderen Team spielen. Ja, unter 10.000 Münzen müsst ihr einfach mal bauen, wenn euch das nicht gefällt, verkauft ihr es halt wieder, macht nicht so viel Verlust, weil die Spiele halt nicht so viel kosten. Und ja, im Anschluss seht ihr noch ein paar Tore, wenn ich das noch hinbekomme, von der Zeit her, aber ich denke mal, weil ich schon 2 Spiele aufgenommen habe, kommen da schon ein paar Tore. Und ja, dann würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns auch gerne, freut mich auch. Ausdauer rein, bis zur nächsten Folge und ciao! Ausdauer rein, bis zur nächsten Folge und bis zur nächsten Folge und bis zur nächsten Folge.